langsam hat wenigstens auch schon der schneesturm aufgehört kurz mal auf die karte gucken wir sind hier gleich im vorratsversteck wo ist der vorratsversteck denn hier zunderbündelbrandbeschleiniger noch mal noch mal und das war schon okay das war unser super vorratsversteck irgendwas ich möchte immer noch irgendwas einsammeln was uns dazu verhilft was zu lernen draus also bücher wo man was daraus lernen kann ich weiß noch nicht ob man aus den büchern was lernen kann die wir bekommen haben aber da habe ich bisher nichts wirklich von 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 gesehen dass man was lernen kann also beziehungsweise da gibt es ja keine option für ja lesen und so ich habe schon mal ein buch gelesen ja aber das sind ich glaube viele bücher nicht irgendwelche sind ja irgendwelche ja hier gibt es ja keine aktion bei zeitungspapier ist eine aktion zerlegen aber bei büchern gibt es halt keine aktion dass man lesen kann aber ich weiß in dem spiel kann man bücher lesen und man muss bloß wahrscheinlich die richtigen finden und die habe ich noch nicht gefunden das hilft birkenrinde hilft zum brennen wirklich ungemein gut das ist genauso wie kohlestücken aber ich muss mir auch echt mal angewöhnen kohlestücken aus dem feuer was ich ja zum oder von 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 brennen von dingen bleibt der kohle übrig sollte ich mir echt mal angewöhnen kohle mitzunehmen weil das ist auch noch mal ein glaubt bahn beschleuniger oder nee kann ich wirklich kein bahn beschleuniger aber verhilft dass das feuer auch noch mal eine weile an bleibt man kann es doch einmal verbrennen dass das auf die dass das vr 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 Hier auch richtig viele Dinge aufbewahren. Oh, 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 oh. Oh, shit. Oh, das ist smart. Geh es einfach. Sie sind ziemlich banged. Sie sind wahrscheinlich ein bisschen delirisch. Ich habe dir einen Schuss von einigen Antibiotik. Sie werden sich ein bisschen lustig fühlen, aber es hilft. Und du brauchst du Zeit, um zu retten. Zeit? Wir haben nicht Zeit. Wir müssen uns ein Schuss rausnehmen. Es ist wichtig. Message. Du meinst mit deinem Freund? Für die Medikation? Nichtsdestotrotz. Bist du mir so, dass ich den Radio schaue. Ich gucke, ob die Teilen du zurückgebracht hast. Das ist eine Militär-Sort-Wave, ist es? Vielleicht. Ich weiß ein bisschen über radios. Das ist nicht wie ein Surplus-Ich habe ever gesehen. Verdammt! Well, die Parts sieht gut aus. Also, was das Problem mit der radios geht? Was könnte es sein? Das hat etwas zu tun mit dem Power. Fuses. Transformers, vielleicht. Wir haben größere Probleme zu tun, erstens. Der Bär ist da, sie uns schützt. Er ist ein wunderschön, ein wunderschön. Er wird uns aus rausgekommen, zu holen, zu finden Hilfe. Insofern, er wird uns entdeckt, oder wir uns ausziehen. Oh Gott. Ich muss mich aufstehen. Hilf mir zurück zum Bett. Oder das Nebensächliche an. Und er musste diese Pläne abhören. Einer Fülle versuchte es wieder in den 80er Jahren. Aber dann wurde die Forrest-Talker involviert. Und das war der Ende davon. Ich bin ziemlich sicher, dass die Quaker den Job einmal und immer. Also, wer sind die Forrest-Talker? Ego-Terroristen. Aktivisten, wie sie sie nennen. Ich weiß nicht, wie sie sie sprechen. Warum sind sie hier? Na, sie sind aktiv für Jahre. Sie kommen und gehen. Mostly hier, um die Wände in die Arbeit für verschiedene Projekte. Mining. Fortschritt, mainly. Sie wollen Grape Bear bleiben in einer pristine Wildernes. Sie sprechen nicht so, wie Sie agree. Ich habe keine Liebe für Industrie. Aber das ist die Weg der Welt. Sie haben etwas, das sie wollen. Sie nehmen es. Es gibt nichts, was Sie tun können, um es zu stoppen. Das machen wir auf jeden Fall. Ja. 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 Sie sehen, die damen. Sie sehen, die damen. Sie sehen, die damen. Sie sehen, was sie schütteln von etwas oder jemanden. Sie sehen, was sie schütteln von etwas oder jemanden. Und du? Sie sehen, was sie gibt. Ich bin ein Zeichen. Ich bin ein Zeichen. Ich bin ein Zeichen. Wir machen ein wenig Geld. Und was du Geld? Ja. Manche sind. Statt als ob es sich. Es klingt wie ein Verlangen. Oh, ich bin sicher, dass es wird. Für einen von uns. Hmm. The tunnel leaving Milton. But then... I'm not sure. Well... The roads from Milton don't lead this way. Wherever she's headed, you'll have to cross the mountains to find her. Not an easy path. Even for the most experienced outdoorsman. I'll do whatever it takes. Well... You won't get far with that bear on the prowl. What we need is to get my radio up and running. So we can find out what the hell is going on. Maybe someone out there, a senior friend. Austauermühle? The woman I'm looking for. She might be on her way to a place called Perseverance Mills. You know it? Yeah. Shit nothing town. North part of the island. Sounds about right. Yeah, I knew it. We were on our way there. My passenger and I. When we crashed. I need to find a way to get there. Or contact her. See if she's alright. You sure she's alive? Yeah. I'm sure. Well. Normally I'd make some calls on the old shortwave. The whole area's been damn quiet since those lights in the sky. Even the wildlife's acting strange. But I might have an idea. Merkwürdig. What do you mean the wildlife's acting strange? You live out here long enough. You get a sense for the patterns in nature. Right now, the patterns are broken. Critters are behaving the way they should. It's like, they're spooked or something. No. Not spooked. But changed somehow. Best way I can say it is. Things don't feel right. You said you had an idea. What do you have in mind? Well, it's a long shot. But I may know how we can find out about your friend. I'm listening. This shortwave. I use it to keep an ear open for what's going on. So how do we get the radio working? There's no reason I can see why it shouldn't be working. Well, what about more parts? Or another radio? We might find another radio. But I think I have a better idea. Problem is. It's no use with the old bear out there. Your path to a working radio. And our survival. Is through that bear. We have to find a way to deal with him first. Hmm. Okay. So we have to deal with the bear. But you're half dead. And rifle shots don't seem to do much. So? That's because the old bear. He's special. I've been hunting and trapping for years and I've shot a lot of bears. But I've never encountered anything quite like him. A special bear like that needs special magic to bring him down. Uh, magic? Don't worry. I'm not delirious. I don't mean literal magic. But we need the old knowledge. The old ways. What do you have in mind? There's an old story. There's an old story. A local legend maybe. About one of the original settlers of this place. Spence. The story goes something like this. Spence shows up and sets up his claim shanty with his young family in tow. For generations, the family had been traitors in the Hudson's Bay Company. Old voyageurs talk, they say. Hard people. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. Bear wanders off. But Spence's wife, she takes a turn. Slips into fever. For days, delirious, she screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. Week later, hired hen goes missing. And they find him. Just a body. Ravaged. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some slight in the past maybe. Something in the family history. Spence gets the men together for a hunting party. They go out into the muskeg and track something big for days. Eventually corner it. Ah, it's a big son of a bitch. Biggest bear they'd ever seen. Mankiller. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just walks away. Like it's made of stone. They call it the demon bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing her. Eating her soul. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. So he forges a spear. Like a boar spear. But bigger. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom apparently. He goes out into the muskeg. Disappears for days. And then one morning, the wife's fever breaks. But nothing from Spence. Some men go out looking for him. And they find him. Half dead. Blood all over him. Body torn almost in two. The bear's work. The last thing he says is, Spear stole the bear's soul. My wife. It's now free. And then he's gone. So, did he kill the bear? Nobody knows. Never found a carcass. They buried Spence. Took the spear back and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear. Or any other. Again. Years later, after the Spence family faded to obscurity, wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it? The story of the demon bear and the spear stealing its soul? What? No. Of course not. I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. But the old stories sometimes have truths hidden in them. Spence might have been superstitious. But he had the right idea. Ten inches of cold, hard steel might do what a bullet can't. I'm convinced. A spear's the way to kill that bear. And you need to get Spence's bear-killing spear if we're gonna survive the winter. The old hunting lodge is still there. A couple of days' journey south. Follow the tracks the other way, through the muskeg. And you'll find it. If the spear's there, get it. It might be our best hope. And the radio? You deal with the bear. Let me worry about the radio. Oh, das klingt nicht so gesund. Let me rest. Good luck out there. Watch out for our demon. Right. Whoa. Yeah. Oh. Oh. You canéan.